In der Off-Season spielt die Uhrzeit keine Rolle mehr. Man wacht auf und kann machen, was man will. Jetzt beißt bitte an! Es ist so langweilig hier. Die Karriere eines Fahrers ist zeitlich limitiert. Sie brauchen ein gutes Auto. Das schulden wir Ihnen einfach. Ihr bist vielleicht noch 20, 30 Jahre hier. Ich nicht. War nicht schneller als unser Auto. Zur Saisonbeginn sind alle voller Hoffnung. Ich stelle das beste Team der Welt auf die Beine. Es ist Ihre erste Saison bei Ferrari. Und vielleicht die letzte. Mein Fukuhila ist bekannt. Das werde ich so schnell nicht nachmachen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. So fährt man kein Rennen. Wir wissen beide, dass wir niemals beste Freunde sein werden. Oh mein Gott. Vielleicht ist das Ganze hier sogar ein Segen. Wir sehen aus wie Idioten. Wir müssen Lösungen finden. Ich habe einen Vorschlag für dich, der dich interessieren könnte. Mit der Rundenzeit hätte er Max Konkurrenz gemacht. Ich klaue das Auto von Red Bull. Das war frech. Die Formel 1 in Las Vegas. Das Rennen ist nach nur wenigen Sekunden beendet. Abort! Jetzt, bye bye. Ich frage mich, ob es das alles wirklich wert ist. Wenn man den Rennsport liebt, gibt es nun mal keinen besseren Job. Bald gibt es eine neue Staffel. Hey! Endlich! Endlich! -endlich! Die Offensive